Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem Speiübel werden, nur vom Hinsehen. Das heißt, der Führer wird heute noch Klauselwitz ausgeben. Berlin als Freundstadt. Er würde die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hevel. Der Führer mag den Hevel, der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hevel hat alles versucht. Glauben Sie mir, es ist sinnlos. Und dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führerverband. Das muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja nur jung. Sie wären ja bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht.